Dieser ganze Beruf ist eine berufliche Herausforderung auf allen Ebenen. Und die berufliche Herausforderung, also meine größte, war dann auch irgendwann die Kontrolle abzugeben. Das war meine große Herausforderung, zu sagen, ich kann das gar nicht kontrollieren. Also ich muss die Dinge akzeptieren, wie sie passieren. Ich muss sie relativ schnell annehmen lernen, um dann meine ganze Energie wieder zu haben, um Neues zu starten. Weil sonst bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, so habe ich das wieder nicht gekriegt. Und nein, und dann hast du halt eben eine ganz negative Energie und dann kann nichts Neues raus entstehen. Und ich glaube, das musste ich schmerzlich erfahren und darum geht es auch in meinem Buch. Ich glaube ja daran, das Leben schickt dir immer wieder dieselben Sachen, bis du die Challenge irgendwann akzeptest.